Ja, herzlich willkommen zur zweiten Bildbesprechung, Ingrid, Jasmin und Marion. Ich weiss, ich bin sehr spät dran, es tut mir leid, dass ich so lange gebraucht habe, aber wenn ich das hauptberuflich machen würde, wäre das gerade im Anschluss passiert. Und aber so kommt halt Zeugs dazwischen, etc. Aber ja, hier bin ich nun, ihr findet eure Beiträge, ich mache das natürlich dann chronologisch, alphabetisch der Reihe nach, als Zeitstempel im Video dann erwähnt. Und übrigens, das Video ist auf Privat gelistet auf YouTube, also es ist nicht öffentlich. Also nur die mit dem Link haben effektiv Zugriff darauf. Wenn ihr möchtet, dass ich das Video öffentlich mache, dann schreibt es mir gerne oder sagt es mir in den Kommentaren, falls ihr das könnt. Ich weiss es gar nicht, bei den Privat gelisteten. Ansonsten könnt ihr mir per E-Mail schreiben. Und wie gesagt, es bleibt dann Privat gelistet, nur für die, die den Link haben. Okay, dann starten wir mit dir, Ingrid. Okay, das ist von der Bildbesprechung noch eins. Du hast ja auch geschrieben, dein Beitrag kommt viel zu spät und du warst ja in den Ferien, etc. Und anyway, ich will das trotzdem nochmals hier besprechen, weil es passt so gut zum zweiten Beitrag, den du mir gesendet hast. Im gleichen Outfit, das sage ich mal, in der gleichen Umsetzung, mit diesem Blatt im Hintergrund und den ausgeschnittenen Figuren. Und wie gesagt, es gibt so eine schöne Reihe, falls du dann eine Reihe daraus machst. Mal schauen, wie es dann mit den Vorlagen klappt. Aber auf jeden Fall, das sieht auch besonders in der Reihe sehr, sehr spannend aus und macht auch Laune, so zwei, drei, vier Bilder vielleicht zu besitzen. Also wenn du eine Ausstellung machst, denke ich mal, kommt das sehr gut, wenn das sich positiv wiederholt und man so eine Kontinuität da erkennen kann. Und das Spezielle, was du mir schreibst, dass du zu wenig Kontrast hattest zwischen dem Holzbänkchen und dem Hund. Darum hast du den Schatten da hinzugefügt. Meistens fügt man einen Schatten dazu, dass das dreidimensional wirkt. Ja, das ist jetzt dein Grund. Ich finde, das passt wunderbar so. Das gibt dem Ganzen wirklich eine Dreidimensionalität und eine effektive Haptik, die man da reinfassen möchte. Und den Hund, also den hast du wahnsinnig schön getroffen. Also richtig, richtig so entspannt und kurzhaarig, aber flauschig, gesund und glänzend. Und das Holzmännchen mit dem Bänkchen sieht ja auch sehr holzig, sehr echt und auch sehr antik aus. Auch hier finde ich sehr gut die Rundung und auch die, und das Plastische vor allem an der Figur. Wir sehen es hier besonders beim Bauch. Also hier beim Bauch ganz stark. Und auch beim Hut. Das gibt dem Ganzen noch so eine gewisse Echtheit, dass man das vielleicht irgendwo abgezeichnet hat, dass vielleicht diese Figur effektiv auch existiert. Das ist fast schon wie eine Zeichnung von den alten Meistern, also eine Skizze, eine farbige Skizze. Auch wenn es ein bisschen schmutzig aussieht jetzt hier, also schmutzig aussieht positiv, dass sich diese Farbe mit dem Bleistift hier ein bisschen vermischt. Gibt dem Ganzen noch so eine holzige und Retro-Anmutung, aber passt wunderbar zum Suisse. Ich finde, solche Sachen sind sehr toll, dass man da ein bisschen so, ja, rausbricht aus dem Rahmen. Das gibt dem Ganzen noch mehr, das Plastische kommt hervor. Es ist wie ein Bild im Bild. Und wenn du noch das Ganze in einen Passepartout, also einen echten Passepartout, in einen Rahmen reintust, dann ploppt es noch mehr heraus. Und wie gesagt, das macht sich wirklich sehr gut in der Reihe, in einer Serie. Und ich finde es auch gut, aber die Auswahl der Blätter, dass da nicht nur rein Text ist, sondern vielleicht auch so eine Figur da drin ist, die das Antike, die das Alte passend zum Pinocchio nochmals unterstützt. Es passt zeitlich sehr gut. Ja, und das Blatt erdet auch die ganze Szenerie und gibt einem Ganzen eine Verbindlichkeit und eine Glaubwürdigkeit, eine zeitliche Glaubwürdigkeit. Somit passt das auch, ja, sehr gut in die Neuzeit. Also es ist so wie ein Evergreen, ein Klassiker. Und auch die Zeichnung wird auch in 10, 20 Jahren noch aktuell sein, weil es eben so zeitlos ist. Ja, ich freue mich auf deine, ja, vielleicht machst du mit beim dritten, bei der dritten Bildvorgabe, die ist jetzt online. Mal schauen, was dann eventuell von dir kommt. Also vielen Dank, Grit, für das Bild. Gehen wir zum zweiten Bild. Okay, Jasmin, du hast mir gerade fünf Bilder gesendet. Ich leg sie jetzt mal so übereinander. Also vielen Dank dafür. War ein bisschen baff zuerst einmal, weil, uh, so viel. Ich dachte zuerst, okay, da kommen Skizzen, ja. Skizze 1, 2, 3 und dann das finale Bild. Aber das sind wirklich fünf eigenständige Werke. Gut, ich fange jetzt mit diesem an hier. Moment. Ich schaue mal eins nach dem anderen an. Also grundsätzlich erstens, ich finde es Hammer, dass du wirklich so eine Bandbreite an Varianten geschaffen hast, wirklich da in die Breite gegangen bist. Das ist sehr, sehr stark. Und da hast du wirklich da die Zeit und Mühe gegeben, dich mit den, ja, mit den Elementen auseinanderzusetzen und mal schauen, wo bist du dann wirklich zu Hause oder welche Materialien, welche Papiere, welche Umsetzungen vielleicht dem Suja am besten entgegenkommen. Also es lädt effektiv zu einem Spiel ein von Formen und Farben, von Ausdrucksarten. Und mich freut es natürlich extrem, wenn, ja, wenn man allgemein mit so, mit so einem Suja herumspielt. Wie gesagt, Suja ist ja nur ein Mittel zum Zweck und die Umsetzung ist ja eigentlich der Hauptdarsteller im Bild. Daraus erwächst auch dann die, die Anmutung und die Wirkung. Ob da jetzt Krüge drauf sind oder Vasen oder, oder irgendwie Steine spielt dann nicht unbedingt so eine Rolle, sondern wirklich effektiv. Es ist die Anmutung und dein Spiel mit den, mit den Strichen, mit den Farbklecksen und du schreibst mir. Okay, bin zu spät, egal, grosse Freude gemacht. Chronologische Reihenfolge, ich hoffe, ich zeige sie dann richtig. Wobei, das ist nicht die chronologische, das ist das letzte Bild. Aber das spielt jetzt für mich nicht unbedingt eine Rolle, weil ich schaue jedes Bild für sich separat an. Für dich ist es natürlich wichtig, weil mit dem ersten bist du so wie langsam warm geworden, zweiten, dritten und dann fängt das Spiel an. Ich denke, das Bild jetzt, das wir hier sehen, das ist das letzte Bild. Ich denke mal, du bist auch da langsam lockerer geworden und auch verspielter. Man sieht es auch, drei, drei Ausführungen auf einem Blatt. Bei den anderen fängt man natürlich dann ein bisschen, ich sage mal, scheu an oder so vorsichtig an, damit man sich da in die Szenerie ein bisschen reinsteigern kann. Zu diesem Bild hier, ich finde es ganz, ganz toll, dass du das in einem, ja, passpartout, also auf einem Blatt belassen hast, also nicht randabfallend gezeichnet, gemalt hast, dass da ein kleiner passpartout drumherum ist, also passpartout meine ich diesen Rahmen hier, so ein bisschen Blatt gelassen hast und das tut dem Bild, also der Bildwirkung, dem Blatt unglaublich gut, gibt dem allgemein so eine künstlerische Präsenz, eine leichte Erhabenheit. So bei den Skizzenbüchern gibt es eben, gibt es effektiv noch mehr, wenn man da ein bisschen Luft zum Atmen lässt, ein bisschen Weissraum wirken lässt, das ist sehr gut gelungen. Zum Beispiel hier, diese Töpfe, auch wenn du findest, oh, das Perspektive ist nicht schlecht, aber solche Sachen finde ich noch viel spannender, als wenn man das Ganze mehr oder weniger akkurat versucht zu zeichnen und einzufangen, wirklich so, Perspektive ist mir wurscht, ich zeichne nur den Ausdruck. Je verspielter etwas ist, je freier, desto mehr geht das Objekt in den Hintergrund und die Ausarbeitung, eben die Farben, die Striche kommen dann in den Vordergrund und das spielt dann, wie gesagt, die Hauptrolle und mir gefällt das wirklich extrem gut, wie du das Ganze einfach so salopp aufs Blatt hingeschmissen hast und übereinander gelegt hast, nebeneinander gelegt hast und mit diesen, ja, mit diesen Strichen, Farbklecksen und so ein bisschen experimentiert hast, für das sind das Gizzenbücher da und die Seite ist wunderbar gelungen. Okay, gehen wir mal zu den anderen, weil es sind ja noch ein paar andere da und das ist jetzt effektiv die Reihenfolge, wie du sie mir geschickt hast, also oben links ist das erste Bild, beim ersten hast du dich dann natürlich in die Materie reingeschaffen, reingearbeitet, langsam wird es dann experimentell, das ist ganz, ganz was anderes und jedes Mal hast du ein anderes Blatt benutzt, so wie ich das richtig erkennen kann, also auch von der Grammatur her, das erste Welt sehr stark, wie ich schon gesagt habe am Anfang, die Bandbreite finde ich extrem klasse und extrem mutig und toll von dir, also bleib unbedingt bei dieser Vielfalt und probiere auch die Stile aus, wie du selber siehst, es spielt nicht so eine Rolle, was man zeichnet, sondern effektiv, wie man das zeichnet. Okay, zu den Bildern, das finde ich, das erste finde ich so, das ist das Suchendste, also das erste Bild, das du dich noch nicht so getraut, also das ist ein krascher Kontrast zum letzten Bild, mit diesen drei Bildern auf einem Blatt Papier und das ist wirklich so eine, ein bisschen so eine leicht gehemmte Zeichnung, mal die Farben ausprobieren, die Perspektive ein bisschen treffen, warm werden natürlich, an sich ist das eine gute Zeichnung, wie gesagt, als Ausgangspunkt, weil ich habe ja die anderen gesehen, darum kann ich ein bisschen vergleichen, auch hier finde ich es gut, dass du ein bisschen Raum gelassen hast, um die Zeichnung herum und dann nicht alles voll gemalt hast, wäre sehr, sehr schade gewesen und dann natürlich dieses Bild hier, leicht unscharfe Aufnahme, aber es macht nichts, ich denke, die Strukturen kann ich soweit gut erkennen und hier fühlt man richtig, wie die, ja, wie die Neigung und die Wölbung der Töpfe ist, das finde ich sehr schön herausgearbeitet, den Innenschatten und auch das da hier, wenn ich jetzt da rein, rein zoome, wie du mit dem Schatten hier umgegangen bist, ich denke, das ist schon ein Schatten oder ist das eine Musterung, ich bin da nicht ganz sicher, auf jeden Fall hast du die Form mitgenommen, auch hier bei diesem Topf oder bei dieser Pfanne, dass man da merkt, okay, die rundet sich da ab, du bist mit der Form mitgegangen und hast den Objektschatten mit der Form mitgezogen, was ich sehr stark finde, weil da muss man weniger machen und dann hast du, ja, zwei Fliegen auf einen Klatsch, die Form bereits und den Schatten und dann wirkt das Teil bereits dann schon, ja, haptisch und nachvollziehbar und ich finde den Hintergrund auch sehr stark, wie du das Ganze so weggelassen hast, aber nicht gerade unvollendet oder leer, sondern du bist mit diesen freien Strichen so nach oben gegangen, das passt sehr gut, das Ganze, das hält auch die Komposition zusammen, setzt sich genügend vom Vordergrund ab, also das bestärkt nochmals die Luftperspektive, also vorne hast du effektiv dann konkreter gearbeitet, detaillierter, härter auch, schwärzer, also im Kontrast auch, bewusster und der Hintergrund ist so wie so, ja, salopp hingekritzelt, aber sehr gut hingekritzelt, weil eben anders, dann kommen wir zur dritten Zeichnung, wo wieder komplett anders ist und hier haben wir natürlich die Farben sind natürlich gerade ins Auge gesprungen, dass hier völlig aufs Grün verzichtet, bis mit dem Rot rein, ganz eine andere Komposition, anderer Hintergrund, anderer Untergrund, das so wie das Ganze in eine andere Sphäre gehoben und daraus wie eine Art eine Art Skulptur gemacht, mir gefallen vor allem hier sehr gut die Details, wie du zum Beispiel jetzt diesen Griff hier gestaltet hast, auch hier mit den Schatten, wie du vorsichtig das Ganze angegangen bist, auch sehr, sehr raffiniert, auch hier so etwas kleiner Schatten, das da der Objektschatten, der da von der Sonne geworfen wird, auch die Pfanne, die effektiv rostig ist, was hier auch sehr gut dazu passt und auch hier mit dem Hintergrund und Vordergrund, dieser ganz freie Wirrwarr Hintergrund, wo das Ganze nochmals nach vorne pusht, also die Krüge nach vorne pusht, dem Ganze noch so eine Art wie eine Eingrenzung gibt und das Ganze zusammenhält, sehr gut getroffen, fände ich extrem schade, wenn da jetzt nichts gewesen wäre, das hast du hier sehr gut hinbekommen, dass das wie eine Einheit wirkt, auch von der Farbintensität, vom Farbkontrast, sich eben gut abgrenzt, auch hier der Farbkontrast zwischen Blau und Rot, finde ich sehr gut, dass du nicht eigentlich die normalen Bodenfarbe genommen hast, das Holzige, das wäre dann so wie Flau geworden, bei den grünen Töpfen würde es dann passen, aber hier bei den Roten ist dieser blaue Effekt umso besser und das ist ganz klar wieder komplett etwas anderes, wie eine umgedrehte Fotografie, invertierte Fotografie, hammer stark, ja man merkt, dass du wirklich Freude hast am Experimentieren, am Spielen und ich finde, ja, die erste Zeichnung ist im Vergleich zu den anderen nicht so gelungen, weil eben die erste Zeichnung warm werden etc. und die anderen, ab hier fängt es an zu spielen, je mehr du abstrahierst, desto umso besser wird es und man merkt, dass dir diese Vielfalt ja wirklich Freude macht, dass du gerne experimentierst und dich ausprobierst, trotzdem, du bleibst trotzdem in den Details raffiniert und akribisch und ich finde immer passend, also auch hier zum Beispiel, wenn ich Details meine, so etwas wie zum Beispiel diesen Schatten, weil die ganzen Krüge, das ist ja sehr, schon fast kubistisch, also sehr, sehr abstrakt, das Ganze schon allein durch die weisse Linienzeichnung, die dem Ganzen noch so eine Art, ja, wie eine Meta-Ebene verleiht und trotzdem sehr, sehr greifbar und sehr realistisch wirkt und solche Details, wie zum Beispiel diesen Schatten hier unten und den Schatten hier oder hier das Ganze, auch hier ein bisschen, so diese Sachen, wo dann effektiv das Ganze, wo das Ganze echt wirken lassen, also echt im Sinn von, man spürt, wie die Dinge auf dem Boden liegen, da ist nichts, wo schwebt und auch hier der Hintergrund, finde ich spannend, wie das Ganze, wie eine Art Leuchtfeuer vielleicht, also für mich war das der Eindruck oder etwas ganz, ganz Helles, ein Licht vielleicht, das hinten aufgeht, durch das erhöht natürlich diese Szenerie, also die Töpfe wirken dann noch plastischer und diesen Hell-Dunkel-Kontrast nochmals betont, was das sein könnte, ich finde für das Bild spricht es, dass es noch mehr in diese surreale Sphäre sich da entzieht, mir noch mehr Denkarbeit abverlangt, mir ein bisschen so die Fantasie anregt und was könnte es sein und warum brennt es oder brennt es nicht oder was ist das genau und es passt eben trotzdem, weil es diesen Kontrast herstellt, du hast wirklich bei jedem Bild eine andere Situation geschaffen, es hat wirklich grosse Freude gemacht, das merkt man, also ja, vielen Dank Jasmin für deine Beiträge, vielleicht machst du ja mit jetzt bei der dritten Bildvorgabe, die ist jetzt online, die kannst du auf den Community-Beiträgen dann nachschauen, also kommen wir zum dritten Beitrag und das ist Marion, Marion, vielen Dank für deinen Beitrag, ich weiss, ich habe dich bei der Bildvorgabe zwei in den falschen Ordner getan und dich vergessen im Video zu erwähnen und jetzt komme ich auch noch zu spät mit dem Video etc., sorry für das, das Bild ist wirklich outstanding, es hebt sich so komplett von den anderen ab, aber ich möchte ja nicht vergleichen, so wie ich nur mich mit deinem Bild hier beschäftigen, du schreibst mir, es hat mir eine Freude und eine Herausforderung, ich lernte viel dabei und freue mich auf weiteres von dir, also weiteres kommt auf jeden Fall, wie gesagt, nicht immer zeitlich, pünktlich oder so zeitnah, sondern ich versuche das schon zeitnah zu machen, wenn ich das als Fulltime-Job machen würde, wäre es sofort passiert. Gut, kommen wir zu deinem Bild, ja erstens, mein erster Eindruck ist, es wirkt für mich wie eine, ja, eine klassische Schwarz-Weiss-Aufnahme, vielleicht für eine Lochkamera, also ich finde diese Farbwahl sehr, sehr gelungen, also diese Abstraktion vor allem, die du da gewählt hast, ist etwas komplett anderes und du bist da wirklich sehr frei mit der Interpretation da rumgegangen, mit deiner Interpretation, das finde ich zuallererst sehr, sehr stark, dass du einen eigenen Ausdruck, eine eigene Sprache da, ja, reingenommen hast und die Vorlage effektiv nur als Vorlage verstanden hast. Formal finde ich denn das Passpartout gut, das du jetzt im Bild eingesetzt hast, also diesen Rahmen. Okay, schauen wir uns mal das Ganze im Detail an, weil du hast mir eine ziemlich gute Umsetzung geschickt, also eine gut aufgelöste Fotografie. Ich finde bei deinem Bild diese, nicht böse, ich meine diese kraxeligen, diese lockeren, freien Linien, extrem, extrem spannend, weil die effektiv so viel Leben haben und sich einen Deut drum scheren, um konkrete Perspektiven, um eine korrekte Darstellung, sondern sie deuten nur an. Ich finde sie extrem lebendig und sehr spannend anzuschauen. Das Auge hat da effektiv viel, weil es sich daran festhalten kann. Auch diese Krüge, als wären sie so durch einen Wasserfilter aufgenommen, würde ich das Ganze irgendwie unter Wasser anschauen. Dieses Wellige, das finde ich extrem stark und das gibt dem Ganzen eine persönliche, ja, eine persönliche Charakterschrift, ein ganz eigener Stil, ein sehr, sehr, sehr freier Stil und ich weiss nicht, wie viel du Vorzeichnungen gemacht hast. Ich sehe da jetzt nicht einen Bleistift oder ist da etwas oder du hast wahrscheinlich dann direkt mit Tusche da reingezeichnet, weil das, für mich ist das ein Unterschied, wenn man eine Vorzeichnung macht oder auch direkt mit der Tusche reinzeichnet, weil beim Zweiteren finde ich das umso stärker. Das sagt auch viel über das Selbstbewusstsein aus, über den Mut, einfach mal mit Tusche da reinzugehen und mal schauen, wo der Strich mich hinführt und wenn der mal nicht so richtig sein sollte, dann kann man den so sein lassen und sich weiter mit der Zeichnung beschäftigen und das sagt sehr viel aus über die, ja, nicht über deinen Charakter, sondern einfach über die Herangehensweise an das Bild. Das finde ich dann umso stärker, umso selbstbewusster und ich denke, das ist bei deinem Bild der Fall. Wie gesagt, ich sehe da keine Bleistiftvorzeichnung, also das macht das Bild umso stärker und auch das Wasserspiel, also die Tuschezeichnung dann aufgelöst, dass die sich extrem gut mit deinen Strichen da, also harmoniert, die ist auch sehr frei draufgelegt, auch sehr spielerisch, tanzend auch, auch die schert sich nicht gross jetzt um Licht und Schatten, also schert sich schon um Licht und Schatten, aber jetzt nicht unbedingt um richtige oder falsche Linien, sondern ungefähr, da geht es wirklich nur um Stimmung und um den Kontrast und man sieht gut, was vorne ist, was hinten ist, die Sachen, die da vorne liegen, sind viel kontrastreiche, viel stärker in der Unterscheidung, hell-dunkel, als jetzt vielleicht diese zwei Fässer hier oder auch die Blumen hinten, die da runterhängen oder der Pelikan, die das Ganze dann auch in die Höhe, also beziehungsweise in den Hintergrund verfrachten, durch diese Lockerheit und Einfachheit, somit hat diese Zeichnung auch ein bisschen Perspektive, also Luftperspektive, weil da gibt es ja kein richtig oder falsches, es geht ja wirklich dann um den Eindruck, um die Gesamtkomposition, die stimmt ja hier, du hast den Strich von oben bis unten, von links nach rechts durchgezogen, das passt alles, du bist nicht irgendwo ins Detail reingefallen und hast dich dort irgendwie verloren, so der lockere Strich, dieses Nonchalante ist da wirklich überall im Bild zu spüren und zu sehen und das finde ich die grosse, grosse Stärke, also bleib bei diesem Selbstbewusstsein, bei dieser Lockerheit und diesem Spiel, weil mir fällt das manchmal auch, da muss ich dann wie mit der anderen, ich bin ein Rechtshänder, zeichne ich dann extra mit der linken Hand, damit das Ganze ein bisschen so, ja, das Gehirn austrickst und ich dann effektiv lockerer werde im Strich, also bewusst unbedarfter, ein bisschen kindlicher, aber das ist verdammt schwierig hinzukriegen, darum finde ich solche Sachen unglaublich bereichernd auch, aber jetzt als freies Kunstprojekt gibt es ja nicht gut oder schlecht, klar, man will sich ja im Prozess ein bisschen verbessern, aber ich sehe ja den Prozess nicht, ich kann ja nicht beurteilen, wo du früher warst, wo du jetzt bist und ich sehe effektiv nur das Bild, bleib auf jeden Fall dabei, bleib weiterhin so locker und so luftig und verspielt und ja, unvoreingenommen, tiptop so und ja, wenn du mitmachen möchtest, jetzt beim zweiten Mal, die, beim dritten Mal, dritte Bildvorgabe, die ist jetzt auch draussen und findest du auf meinem Community-Beitrag, ich werde es wahrscheinlich auch verlinken im E-Mail. Ja Marion, vielen Dank für das Bild, wie gesagt, ein bisschen spät, aber immerhin, das war es von meiner Seite, ich verabschiede mich, ich danke euch fürs Zuschauen, für eure Einsendungen und wir sehen uns ganz sicher beim nächsten Video, macht's gut, auf bald! 3